Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf TheJowCraft. Herzlich willkommen zu einem Advanced Redstone Tutorial für Beginner. Alle meine Redstone Tutorials sind für Beginner oder für Experten oder für wen auch immer. Die Idee ist, dass ihr euch nicht gut mit Redstone auskennt und ich zeige euch saukomplexe, richtig krasse Redstone Schaltungen, wie auch die heutige Redstone Schaltung. Ich möchte mit euch einen Ticketautomaten bauen. Ich möchte euch zeigen, wie man den baut. Und die Idee ist, dass ihr beim Ticketautomat einen Preis bezahlt. Das kann irgendwas sein. Beispielsweise können wir uns hier auf eine sehr, sehr einfache und gute Währung, wie beispielsweise Golden Nuggets, einigen. Man bezahlt eine goldene Münze, also einen Golden Nugget in Minecraft, und dann kann man sich aussuchen, wohin man fahren möchte. Mit anderem Worten, man bekommt ein Ticket, das zum Beispiel nach Station A geht oder ein Ticket nach Station B, ein Ticket nach Station C. Okay, dann geht man zum Gleis, gibt das Ticket beim Gleis ab und setzt sich in den Zug und der Zug fährt dann entsprechend dorthin. Bevor ich euch das zeigen möchte, möchte ich euch aber noch eine andere Sache zeigen. Vielleicht habt ihr schon dieses Pro vs. Noob Video von mir gesehen, bei dem ich dieses Advanced Bahn System gebaut habe. Mit dieser Synchronisierung der Station, falls ihr euch erinnert, es geht darum, dass sich während der Zug auf einer Bahnstiene fährt, die Züge untereinander synchronisieren, indem immer ein Zug einer Station weiter nach vorne rückt. Und ich habe nun überlegt, wie man eine Station bauen kann, also eine richtige Station, bei der man aussteigen kann. Bin mit diesem Ergebnis zufrieden gewesen. Man steigt in den Zug ein, die Lampen schalten sich automatisch aus und der Zug fährt los. In diesem Fall steuert der Zug die gleiche Station an. Aber das Prinzip, seht ihr schon hier unten, funktioniert genauso. Die Züge synchronisieren sich gegenseitig und ich kann in die Station einfahren und kann wieder aussteigen. Würde ich sitzen bleiben, würde der Zug einfach weiterfahren. Das Ganze zeige ich euch nochmal von der anderen Seite aus. Es wird ein Tutorial bald dazu geben. Ich bin noch nicht ganz glücklich mit dem Design. Ein paar Kleinigkeiten werde ich noch ändern. Aber ihr seht, so funktioniert diese Station, die ich gebaut habe. Und ich habe mich darauf konzentriert, diese Station möglichst einfach zu bauen, dass sie wirklich easy to use ist. Schaut euch das an, wie smooth die läuft. Und das krasseste ist, guck mal, wie wenig Technik dahinter steckt. Das witzigste ist, einige von euch sind schon in der Lage, allein durch das, was ich euch jetzt hier schon zeige, diese Station nachzubauen. Ich fliege nochmal kurz drum herum. Ihr könnt euch diese Aufgabe gerne annehmen, aber jetzt geht es um dieses Bahnsystem mit den Tickets. Ich baue das ganze System offen. Das heißt, ich werde es offenlegen. Dazu werde ich nun Folgendes machen. Um diese Technik für euch offen zu legen, werde ich als allererstes ein Loch graben und werde dieses Loch mit Glas covern, sodass wir dann die ganze Technik unter dem Glas verstecken, sodass wir am Ende auch sehen können, wie diese Technik funktioniert. Das ist so mein kleiner Hintergrundgedanke. Also, bereiten wir mal die Welt vor. Gut, das allererste, was ihr haben müsst in eurer Bahnstation, wäre ein Ticketautomat. Und hier wählt ihr am besten die einfachste Variante des Ticketautomatens. Und zwar, es gibt ja verschiedene Ticketautomaten, wo man mit einem Knopf dann drückt und dann wird ein Ticket ausgewählt. Nein, es geht mir bei diesem Tutorial euch darum, etwas Einfaches zu zeigen. Und wir werden mal hier ein Ticketautomat bauen. Der einfachste Ticketautomat, der denkbar einfachste Ticketautomat, wie ihr ihn bauen könnt. Ich mache das Ganze jetzt mal hier mit gelber Wolle. Sieht wie folgt aus. Wir nehmen zwei solcher Drop-Dingsbums da. Ja, Dropper-Spender, wie auch immer. Also, gehen wir mal so entlang. Wir haben als allererstes ein... Ja, machen wir das so. Machen wir so. Und machen wir... Schupp, schupp. Schupp, schupp, schupp. Also, ihr könnt das ganze Ding auch einfach ohne... Na, ohne Itemfilterung machen. Aber wir machen das jetzt, dass wir wirklich was bezahlen müssen. Also, das ist der erste Schritt, dass ihr Trichter so... Ach, Trichter, sag ich schon. Dass ihr Dropper so anordnet. Dann geht ihr ein bisschen nach hinten, lasst euch ein bisschen Platz. Hier wird später eine Wand sein. Die Wand muss später so sein. Das heißt, ihr baut das ganze Ding an die Wand an. Das ist dann später eure Wand. Ich mache es jetzt mal hier aus gelber Wolle. Damit ihr seht, wo die Wand später sein wird. Eures Gebäudes. Und jetzt geht ihr dahinter, setzt hier einen gelben Wolleblock hin. Macht dann hier einen Trichter dran. Geht dann einen Block runter. Zwei, drei. Zack, 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 zack. Baut diese Form nach. Einfach so ein Ding. Kreis um zwei fehlenden Ecken. Verstärker. Redstone, Redstone. Verstärker. Ach, Komparator. Eine Fackel hier hingesetzt. Und dann haben wir nochmal hier so etwas. Und dann ist das euer Item wegweg. Das heißt, hier geht dann euer bezahltes Item runter. So, ihr könnt genau das gleiche System nochmal daneben bauen. Aber wichtig ist jetzt Folgendes beachtet. Wir sehen, wir haben jetzt hier ein Stromsignal durch diese Redstone-Fackel, die wir da haben. Und dieses Stromsignal muss jetzt irgendwie hier runtergeleitet werden. Das macht ihr wie folgt. Ihr setzt jetzt hier einen Redstone-Fackel hin und setzt hier zweimal Redstone hin. Und dann habt ihr es schon geschafft. So. Und genau das gleiche können wir zum Beispiel einmal noch daneben bauen. Damit ihr einmal seht, wir wollen einen Bahnhof bauen, der uns drei Ziele auswählen lassen kann. Das ist natürlich im Survival alles ein bisschen schwerer. Wichtig ist das Fackeln. Die sperren Trichter. In diesem Fall ist das allerdings nicht schlimm, weil der Trichter von unten die Items nach oben saugt. Nur für die Experten von euch. Das, was ich euch gerade gesagt habe, muss euch nichts sagen. Keine Sorge. Jetzt wird es schwierig, denn jetzt müssen wir den Trichter da dran bauen. Das geht nur, indem wir Shift drücken und gleichzeitig Leertaste drücken. Das ist ein bisschen unkomfortabel. So. Und auch genau mit der gleichen Technik setzen wir hier wieder den nächsten Spender drüber. Und noch ein drittes Ziel wählen wir aus. Auch hier wieder, vergesst nicht, mit einem Block Abstand das Ganze zu bauen. Immer einen Block Abstand wählen. Ihr dürft das nicht enger aneinander bauen, weil ansonsten sich die Signale miteinander überlagern. Das solltet ihr aber, glaube ich, schon verstanden haben. So. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil ihr seht, jetzt kommen wir hier unten nicht dran. Der größte Fehler wäre, das hier zu tun. Das ist völliger bananiger Schwachsinn. Lasst es sein, macht es nicht so, sondern in diesem Fall würde ich euch einfach empfehlen, macht hier unten Leitung, die dann in euer Lager führt oder eure Einnahmen. Denn ihr wollt ja auch am Bahnsystem verdienen. Das könnt ihr dann hier runterführen. Versucht, so wenig Trichter wie möglich zu benutzen, aber das geht. Passt auf, dass ihr hier einen Block drunter Platz lasst, sodass ihr nicht diese Trichterstraße höher macht. Wenn ihr diese Trichterstraße einen Block höher macht, dann würde dieses Redstone-Signal die Trichterstraße sperren. Das dürft ihr nicht vergessen. Wenn nämlich darüber Redstone ist, der eingeschaltet ist, wie der hier, dann kann der Items da nicht durchlaufen. Wenn ihr seht, die Items bleiben dann hier stecken. Ihr könntet das Problem lösen. Also sollte das tatsächlich technisch nicht anders bei euch gehen, könnt ihr das Problem lösen, indem ihr einfach hier statt der gelben Wolle Slabs verwendet. Die leiten keinen Strom nach unten, dann würde das gehen. Aber ich habe jetzt hier einen Block freigelassen. Und aus diesem Grund gibt es mit der Redstone-Schaltung da kein Problem. Sondern hier führen wir dann das nächste Ding hoch. Wir sehen immer mit einer Leitung, die nach unten geht, können wir zwei von diesen Fahrkartenautomaten anschließen. Das habt ihr auch verstanden. Der nächste Fahrkartenautomat wäre dann hier angeschlossen. Also immer so ein T erzeugt ihr. Das habt ihr hoffentlich verstanden. Wenn euch etwas zu schnell geht, einfach das Video zurückspulen an diese Stelle. So. Und damit ist der Fahrkartenautomat auch schon so gut wie fertig. Der muss noch gleich eingerichtet werden. Auch hier nochmal vorsichtig. So ist falsch. Niemals so bauen. Sondern so bauen. Das ist wichtig. Und dann hier nochmal den draufsetzen. Und wir geraten nochmal hier runter, machen den und den. Und gehen nochmal hier runter, machen den und den. So. Das ist erstmal absolut Basics. Also wir haben jetzt es geschafft, das System schon mal einzurichten. Und wir haben jetzt hier unsere Fahrkartenautomaten. Und jetzt holen wir uns aus dem Inventar Papier. Und einen Amboss am besten. Und wir holen uns unsere Bezahl-Item. Golden Nuggets. Nehmen wir jetzt mal als Ballzahl-Items. Gehen jetzt in den Trichter. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, könnt ihr Items reinsetzen. Die bleiben hier. Und wenn ihr noch mehr Items hier reinsetzt, sollte die Anzahl von hier runter gehen auf 19. 18 meine ich. Entschuldigung. Und die anderen Items, die sollten jetzt alle hier ankommen. Wir sehen, es funktioniert. Die kommen ja an. Genau das gleiche wiederholt ihr hier nochmal. Also hier wuppzack. Und auch nochmal hier wuppzack. Das geht dann automatisch runter auf 19. Und dann benennt ihr eure Tickets um. Ticket zu Station A. Wunderbar. Dann haben wir ein Ticket zu Station B. Und wir haben ein Ticket. Warum habe ich drei davon genommen? Zu Station C. Ihr braucht natürlich nicht drei Amboss, sondern nur einen. So. Also, ebenso. Wir haben nun Tickets zu Station A, B und C. Die packen wir hier rein. Genau in der Reihenfolge. Und zwar in den da. A, B und C. Der Setup, den wir hier haben, verhindert es, dass ihr jemals an die Items drankommen könnt. Das ganze System ist so gebaut, dass ihr hier auch noch zwischen Platz haben könnt. Wie gesagt, vergesst nicht, dass eure Wand später hier hinten ist. Das ist dann eure Wand. Bauen wir die mal hier so schön auf. Und damit haben wir den Setup fertig. Wir können hier ein Rechtsklick drauf machen auf den Dropper. Nichts passiert. Wir kommen nicht an das Item dran, weil das Item einen Trichter, ach, einen Dropper da drunter liegt. Wenn wir jetzt ein Golden Nugget hier bezahlen, hier oben reinigen, wir kommen auch nicht an den Währungsrechner an, dann sehen wir, ist hier oben unser Ticket drin. Okay, natürlich ist es jetzt ein bisschen doof. Das Ticket wird nicht ausgespuckt. Wie ihr seht, das Ticket würde erst, wenn wir jetzt nochmal ein Golden Nugget, also die Möglichkeit nochmal eins ist, ihr nehmt das jetzt einfach raus. Wenn ihr aber möchtet, dass es wirklich spendiert ist, dann müsst ihr noch einen ganz anderen Trick machen. Dann einfach Teppich drauflegen, dass man nicht dran kommt. Und dann würde es jetzt, also einmal das Ticket muss hier drin sein. Es werden immer beide auf einmal aktiviert durch die Fackel. So, pass auf, und jetzt funktioniert es. Jetzt kommt das Ticket raus. Aber ihr seht, es ist immer ein Ticket hier unten drin. Also ihr habt zwei Möglichkeiten, das System zu verwenden. Entweder ihr macht es so, dass ihr bezahlt, einen Golden Nugget, und nehmt euch dann das Ticket hier raus. Oder ihr setzt einen Teppich drauf. Ihr müsst dann, um das System einmal zu aktivieren, ein einziges Mal beim allerersten Mal einmal ein Ticket bezahlen, damit da das Ticket reingeht. Und dann beim zweiten, wupp, kommt es raus. Auch hier ein leeres, und beim zweiten, wupp, kommt es raus. Und beim letzten auch ein leeres, und beim zweiten kommt es raus. Und ab jetzt ist euer Ticket automat quasi fertig. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfahren möchte, dann kann ich mir jetzt hier eines dieser Tickets kaufen. Macht schön viele Tickets, damit immer genug da sind. Und da haben wir hier Station A, Station B und Station C. Und wenn ich zu Station B fahren möchte, bezahle ich ein Golden Nugget und erhalte das Ticket. Super. Jetzt habe ich das Ticket erhalten. Und jetzt geht es weiter. Und zwar muss jetzt eine Automatisierung erfolgen. Das können wir natürlich jetzt irgendwo hinbauen. Das müssen wir natürlich mal gucken, wie wir es am besten machen. Also, jetzt haben wir irgendwo eine Tür. Die führt dann zu unserem Gleis. Und ich würde die Tür erstmal so bauen. Da würde ich ein ganz klassisches Design von mir verwenden, der Tür. Und zwar dieses Redstone Freizeitpark-Tür-Design. Das ist so ein Design, das ich irgendwie, keine Ahnung, lieb gewonnen habe. Also, jetzt mal so, so und so. Ihr seht die Wände eures Bahnhofs, die gehen dann hier weiter. Und irgendwo ist dann das Abfahrtsgleis. Es gibt ein Ankunftsgleis und ein Abfahrtsgleis. Haltet es möglichst einfach. Hier geht es nach runter zum Abfahrtsgleis. Und da haben wir diese Tür. Das heißt, wir haben hier dieses Design. Und jetzt muss man dort erstmal etwas bezahlen. Das ist auch hier mache ich einen Dropper. Ich mache immer gerne Dropper als ein Bezahlautomat. Das heißt, hier ist unser Dropper. Der Dropper möchte erstmal durchgehen. Wir können ja auch noch das ganze Ding noch cooler designen und vielleicht nochmal hier sowas hinsetzen. Oder sowas machen. Dass man wirklich so eine Art Durchgangs hat. Wie in den Londoner Zügen. Ihr kennt das ja vielleicht in Londoner. Da geht man auch durch so eine Schleuse durch. So. Damit sich das öffnen kann, muss ein Kolben darunter sein. Der Kolben würde dann zurückfahren. Und jetzt bauen wir eben kurz den Öffnungsmechanismus dieser Tür. Den Öffnungsmechanismus. Den werden wir so bauen, dass der Kolben, der ist permanent hochgefahren. So. Der Kolben fährt runter. Wenn er sich öffnet. Das machen wir hier mit einem Kondensator. Das heißt, wir setzen hier folgende Redstone-Schaltung hin. So. 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 Und so. Diese Redstone-Schaltung macht folgendes. Wenn sie ein Stromsignal kurz bekommt, wie Knopf, dann bleibt sie. Ihr seht, der Knopf ist schon längst aus. Moment. Offen. Um sich anschließend wieder zu schließen. So. Als nächstes setzen wir hinter diese Redstone-Schaltung an diese Stelle eine Druckplatte. Und verbinden die mit dem Kolben sozusagen. Das heißt, hier kommt eine Druckplatte hin. Die Druckplatte würde nun ein Stromsignal an den Kolben abgeben. Das heißt, der Kolben würde sofort nach oben gehen, sobald ihr durchgegangen seid. Das ist wichtig. Das ist kein Niemand anderes. Ihr seht, auch wenn der Kolben offen ist, sobald er auf die Druckplatte geht, geht der Kolben hoch. Aber ihr seht, sobald ihr wieder runter geht von der Druckplatte und dieses Ding da unten noch an ist, geht der Kolben wieder nach unten. Und das soll nicht so sein. Das heißt, wir wollen dieses Ding hier unten gleichzeitig noch resetten. Das heißt, wir führen unser Redstone-Signal von der Druckplatte nach unten einmal in einen dieser Dinger rein. Und machen einen Rechtsklick da drauf. Dann Strom, 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 Strom. Fertig. Wenn wir jetzt das Ding nochmal anschalten. Und wir gehen auf den Knopf, schalten wir damit auch gleichzeitig dieses Ding da unten aus. Das heißt, der Kolben bleibt oben. So. Das heißt, unser Ticketautomat gibt ein kurzes Stromsignal und sagt, jo, du kannst durchgehen. Die Tür hat sich geöffnet. Ich kann durchgehen. Und sobald ich durchgegangen bin, schließt sich die Tür hinter mir und bleibt auch wieder zu. Okay. Wunderbar. Der nächste Prozess ist folgender. Weichenstellen heißt es nun. Nun müssen wir einen Flipflop bauen. Flipflops sind Maschinen in Minecraft, die etwas ein Stromsignal speichern können. Es gibt verschiedene Designs. Ich würde hier gerne ein lautloses Design wählen. Ein Flipflop-Design, welches lautlos ist, baut man zum Beispiel so. 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 Und so. Das ist unser Flipflop. Ein Flipflop besteht aus Eingängen. Und Ausgängen. Beispielsweise das hier ist ein Eingangssignal und das ist ein Eingangssignal in das Flipflop. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, da ein Eingangssignal zu bauen. Je nachdem, wo Strom reingeht, zum Beispiel hier oben, geht der Redstone an und der bleibt jetzt auch an der Redstone. Oder der Redstone geht an und bleibt an. Das heißt, wir können hin und her schalten. Sehen der Redstone ist an. Jetzt nochmal drücke, bleibt der Redstone an. Wenn ich allerdings hier oben drücke, geht der Redstone an. Okay. Das ist die wichtige Art und Weise, wie so ein Flipflop funktioniert. Es schaltet hin und her. Flip. Flop. Das werden wir hier benutzen. Und wenn wir jetzt ein Item hier oben reinwerfen, dann wird jetzt ein Prozess passieren. Der Prozess, der wird hier unten passieren. Das heißt, wir müssen erstmal eine kleine Trichterstraße haben, die uns einen Block unter die Erde hieft. Wir sind jetzt unter die Erde gegangen und nehmt bitte jetzt noch nicht den hier, obwohl doch, wir können den nehmen. Wichtig ist Redstone-Signal und Itemstraßen. Das ist so eine Sache, die ihr wissen müsst. Wenn ein Item durch eine Itemstraße geht, können wir mit dem Komparator ein Redstone-Signal da rausnehmen. Cool, was? Wenn allerdings ein Item nach unten wandert, über dieses System hier, dann kriegen wir kein Redstone-Signal da raus, weil das Item zu schnell durch die Trichter geht. Okay. Deshalb nimmt das Redstone-Signal erst bei dem hier, weil hier geht es noch nach unten, das könnte funktionieren, aber wir nehmen aus Sicherheitsgründen das Redstone-Signal hier raus. Das ist das Erste, was passiert. Wir brauchen ein Redstone-Signal. Und das Erste, was wir haben, ist ein Redstone-Signal, ein kurzes Redstone-Signal, das nun drei Flip-Flops resetet. Wir haben ein Flip-Flop, das heißt, wir müssen das jetzt am besten in die Richtung bauen. Müssen wir so ein bisschen überlegen, in welche Richtung wir bauen. Wir bauen jetzt Flip-Flops. Wir bauen genau diese Flip-Flops, die wir gerade hatten, dreimal. Schaut her. Dieses Flip-Flop, was wir gerade hatten, werden wir jetzt hier einfach dreimal bauen. So. So. Und so. So, so, so. So, so. So, so, so. So, 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 so. Wir sehen, die sind jetzt alle noch nicht gleich reingestellt. Und das ist jetzt wichtig, das wollen wir jetzt machen. Die sollen jetzt alle gleich angestellt werden. Deshalb, diese Leitung werde ich jetzt mal rot machen. Das ist nämlich die Reset-Leitung, die erstmal alle Flip-Flops zurücksetzt. Wenn jemand ein Ticket einwirft, dann werden alle Flip-Flops zurückgesetzt. Das verfolgt jetzt hier bei dieser rote Leitung. Wir können es ja mal versuchen. Wir können die Leitung ja mal von hier nehmen. Ah, ne, können wir nicht, weil die Leitung muss noch verstärkt werden. Wichtig ist, dass ihr müsst leider, wenn ein Signal aus dem Verstärker rausnehmt, aus dem Trichter rausnehmt, es verstärken. Einmal Redstone. Okay, das ist gut. Dann führen wir das Signal jetzt runter. Hinweis, Strom kann durch einen Block in einen Verstärker reinlaufen. Wunderbar. Aber wir sehen, die sind jetzt alle irgendwie noch nicht gleich. Ich werfe jetzt, lass mich eben diese Straße hier weiterbauen, die Trichterstraße weiterbauen. Ich werfe jetzt hier oben ein Item rein, egal was für ein Item. Und wir sehen, die sind alle gleich jetzt. Die wurden nun alle geeicht. Die sind nun alle gleichgestellt. Das heißt, selbst wenn diese Flip-Flops am Ende unterschiedlich sind. Hier sehen wir zum Beispiel zwei, die nun oben eingeschaltet sind. Ich werfe hier irgendein Item rein und die Flip-Flops werden gleich gemacht. Nachdem das passiert ist, kommt nun der Überprüfungsmechanismus. Den baue ich mal blau. Der Überprüfungsmechanismus testet nun, ob das richtige Ticket vorhanden ist. Es gibt drei Möglichkeiten, wo ein Ticket sein kann. Möglichkeit 1, 2, Möglichkeit 3. Wir werden diese Möglichkeiten nachher miteinander verbinden. Aus diesem Grund solltet ihr von vornherein... Die Trichterstraße geht dann weiter. Wir sollten jetzt die miteinander verbinden, wir nachher mit den alten Systemen. So, und jetzt solltet ihr nochmal gucken. Hier ist Ticket C. Das heißt, das ist C, weil das die schnellste Route ist. Das ist B und das ist C. Äh, A. A, B, C. Okay? Gut. Das System bauen wir genauso, wie wir es vorhin gebaut haben. Wir bauen hier wieder so einen Check-Mechanismus. Das heißt, wir bauen jetzt genau das gleiche System, was wir beim Ticket Shop gebaut haben. Hier nochmal ein. Redstone, Redstone, Redstone. Und dann der Output geht hier raus. Und auch wenn es eigentlich nicht richtig ist, mache ich das jetzt mal. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Jetzt muss... Also ihr seht eure Zettel, die kommen dann später hier wieder raus. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Zettel von Station C nehme und nochmal den Zettel von Station B und A nehme. Und ich richte das ein. Also C kommt hier hin. So, rein. Dann kommt hier B. Und dann kommt hier A. Dann werden eure Zettel, nachdem ihr die zurückgeworfen habt, hier unten drin sein. Wir sehen, wir warten nochmal ganz kurz, bis das Ding sich minimiert hat auf 19. In der Zeit kann ich mal ganz kurz einen Schluck Wasser nehmen. Okay. 18. So. Ihr seht, wenn ich nun einen Zettel Station C bezahle, klick, dann landet dieser Zettel hier. Wenn ich irgendwas anderes bezahle, dann landet der Zettel da, in dem Trichter hier ganz hinten. Da. Alles, was nun falsch ist oder nicht mehr gebraucht wird, das kann dann zum Beispiel einfach ausgespuckt werden. Das heißt, da setzt ihr einfach hier, könnt ihr irgendwo hinpacken. Ihr könnt zum Beispiel hier einfach so zwei Dropper nehmen, die ihr übereinander packt. Da können wir jetzt einen ganz, 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 ganz einfachen Redstone Mechanismus bauen, der gerade mal aus sehr, sehr wenig Redstone besteht. Ihr baut so, so, so. Ihr baut hier ein Feld aus 3x3 Blöcken. Wichtig ist, dass der Trichter am anderen Ende ist. Ein Komparator so. Ein so. Ach, Bullshit. Entschuldigung. Ein so. Ah. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich mach's mal von oben. Einen so. Einen so. Redstone 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 Redstone. Fertig. Einfach Video anhalten, kopieren. Diese Schaltung macht nichts anderes als alles, was wir reinwerfen und da nichts drin zu suchen hat, hier auszuspucken. Und in diesem Fall geht das Item durch beide Trichter durch, weil es mit einem Verstärker, wenn ein Trichter, wenn, ach, Trichter, wenn ein Spender mit einem Verstärker angeschlossen wird, dann geht es durch beide durch. So. Jetzt gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Euer Item muss von hier wieder zurück dorthin, wo es herkam, also zurück in diese Kiste da. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich gerade schon gesagt habe. Die einfachste wäre wahrscheinlich eine Wasserstraße zu verwenden. Ich werde jetzt allerdings nicht die Mühe machen und eine Wasserstraße wirklich für jedes dieser Items bauen, sondern ich werde dann tatsächlich jetzt doch die etwas komplexere Mühe machen und zusehen, dass ich jetzt für jedes dieser Dinger genau die gleiche Schaltung, die wir gerade da gebaut haben, hier nochmal hinbaue. Durch zwei kann ja ein Item durchwandern, also ihr könnt immer zwei Blöcke hochgehen ohne eine komplexe Redstone-Schaltung. Nur jetzt wird der, also der komplexe Teil, der kommt jetzt nämlich ins Spiel, denn, ähm, jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden. Diese Schaltung ist nämlich relativ groß, wie wir sie hinkriegen. So, ich ziehe zu, dass die nach oben geht. Äh, ja. Ich habe zu wenig Platz hier aktuell. Das ist ein großes Problem. Ihr müsst jetzt gucken, dass ihr irgendwie die Items wieder zurück dahin bringen. Ihr könnt es auch mit dem Eingart machen. Ihr habt drei Optionen. Wasserstraße, Trichterstraße. Das ist die Option, für die ich mich gerade entschreide. Ach, weißt du was? Ihr sollt was lernen in diesem Video. Ich zeige euch jede der Optionen. Ich zeige euch jede der Optionen jetzt. Also, Möglichkeit bei dem ersten Ticket, um es zurückzubekommen, ist eine einfache Trichterstraße. Die Trichterstraße befördert das Item zurück. Wir haben hier 62 Tickets drin. Jetzt haben wir noch 61 Tickets drin. Wir sehen, ich werfe Ticket C hier ein, in den Dropper. Ticket wird ausgespuckt und wird jetzt über die Trichterstraße zurückgeleitet und kommt hier oben an. Und 62 Tickets. Wunderbar. Option Nummer zwei ist eine Minecartstraße zu nehmen. Obwohl, die nehmen wir gleich bei der letzten Option. Ähm, ihr seht die Schwierigkeit. Hier ist ein bisschen, dass, ähm, das alles recht eng ist. Aus diesem Grund mache ich dann hier mal gleich die nächste Wand, damit wir hinter der Wand den Rest der Technik verstecken können. Hier ist dann eine weitere Wand meines Bahnhofes. Dann könnte das hier der Eingang sein, das Bahnhof. Man geht hier rein, ne. Ah, ist ja gar nicht mehr so übel. So. Dann fangen wir mal an mit der zweiten Option, die Wasserstraße. Dazu muss einfach irgendwo am Ende Wasser hingehen. Die Wasserstraße ist das Einfachste von allem und auch das Freundlichste. Also das, was euch am wenigsten Lags kosten wird. Dazu muss euer Item aber erstmal ausgespuckt werden. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier zwei Blöcke runter. Der Schöne ist, Wasserstraßen, denen ist es egal, wie hoch oder tief man geht. So, hier bauen wir genau die gleiche Technik nochmal, die wir gerade gebaut haben. Gelb mache ich das jetzt alles. Also diese Ausspucktechnik, die baut sich eigentlich immer gleich. Redstone, 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 Redstone. Und wir haben hier die Technik, die items ausspuckt. So, die items werden ausgespuckt in eine Wasserstraße. Ne, baue ich jetzt mal hier aus Glas. Das Wasser, das läuft dann bis hier hin. Sollte ich hier später nach oben gehen. Das heißt, wir bauen hier einen Wasserfahrstuhl. Das solltet ihr alles hoffentlich wissen, wie man sowas baut. Das baut man eben hier mit Soul Sand Blöcken und Wasserquellen. Also, Wasserfahrstuhl wird hier reingebaut, indem ihr euch Wasser aus dem Inventar nehmt. Das Wasser soll hier hochfließen. Dann oben zumachen, dass die items dann nicht rausspringen. Überall muss solider Wasserblock drin sein. Damit ein Wasserfahrstuhl funktioniert, muss wirklich alles mit echten Wasserblöcken gefüllt werden. Denn ihr könnt nicht oben mal einmal hinpacken und das Wasser runterlaufen lassen. Das muss wirklich alles von unten bis oben mit Wasser gefüllt werden. So, Soul Sand Block und ihr seht, es entsteht eine Wasserstraße. Geht mal rein, guckt, ob ihr nach oben geboostet werdet. Ja, dann funktioniert das System. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch, wir können uns Eis aus dem Inventar nehmen. Packed Eis beispielsweise. Und jetzt können wir folgendes machen. Unsere Ratsunstattung kaputt. Das ist das eine, was wir machen können. Ne, das wollen wir aber nicht. Wir sollten nun unser Packed Eis nehmen und dann das miteinander verbinden. So. Die zwei Dinge miteinander werden so verbunden. Und jetzt braucht ihr nochmal Wasser und Schilder. Wasser hier rein. Wir sehen, das Wasser läuft nicht so lange. Machen wir hier ein Schild. Das nächste Wasser. Machen hier ein Schild und vergesst auch nicht, darunter Packed Eis zu machen. Damit übers Packed Eis die Items, die Items, die Schlittern ja darüber. Anders als bei anderen Blöckern. Seht, wenn ich hier ein Item drauf werfe, bleibt es sofort stehen. Wenn ich hier ein Item drauf werfe, dann schlittert das weiter. Und das soll ja hier in den Wasserfahrstuhl reinschlittern. Auch hier macht die Technik zu, dass da nichts reinfallen kann und dir nichts rausfallen kann. Alles zugemacht und fertig. Und wir testen es aus. Hier haben wir aktuell 61 Items drin. Jetzt sind nur noch 60 drin. Wir merken, 60 sind drin. Werfen hier das Ticket rein. Das Ticket wird zusortiert. Bei B kommt hier raus. Wupp. Läuft über die Wasserstraße. Geht hier hoch in die Wasserstraße. Wird vom Trichter hier aufgenommen. Und wir haben wieder 61 hier drin. Und eine letzte Möglichkeit ist, einen Minecart zu nehmen. Bei Minecart, das ist, also die eleganteste Variante ist die Wasservariante, weil die am wenigsten laggt. Bei Minecart müsst ihr eine kurze Minecart-Station euch bauen. Auch hier baue ich wieder aus gelber Wolle die ganzen Kramen. Eine Minecart-Abgabestation sieht immer so aus. Das ist ein Design, das ich mal entwickelt habe, was einfach wunderbar funktioniert. So, ist eine Abgabestation. Die besteht dann immer aus einer Schiene. Auch mit Shift drauflegen, nicht vergessen. Dann davor eine normale Schiene. Und ab jetzt kommt eure richtige Schiene. So, und eure Verladestation, die sieht dann immer so aus. Da müsst ihr euch ein bisschen Platz irgendwo schaufeln. Keine Ahnung. Ich versuche das mal auf diesem Platz jetzt hier hinzukriegen. Ich baue das hier einfach mal so ein Wasser dran. Ihr habt eine Knopfschiene. So, und die Knopfschiene, die gibt, also wichtig ist, dass ihr zwei Blöcke dahinter abstand haltet. Das passt zum Beispiel. Aber vielleicht passt es doch. Müssen wir gleich aussetzen. So, und ihr könnt bei diesem Design das Einfachste nehmen. So, Zauntor. Und jetzt ein Komperator. Block, Block, Block. Fackel. Redstone, Redstone. Fertig. Zauntor ist aktuell. Ähm, Entschuldigung. So. Pardon. Nix da, Fackel. So herum. So herum ist richtig. Okay, andersrum, die Fackel wäre bei den Kolben gewesen. Vergesst es, was ich gerade gesagt habe. So, und dann beginnt ab hier eure normale Schiene. Die solltet ihr natürlich mit Powered Rails hochbauen. Und wir sehen, wir bauen mal die Schiene hier runter. Die Minecraft-Variante lohnt sich, wenn ihr etwas größere Strecken habt und etwas mehr Items transportieren wollt. Obwohl ich die Wasser-Variante in jedem Fall nehmen würde. Ähm, die Minecraft-Variante, ja, die Wasser-Variante, die ist eigentlich die beste. Ja, Punkt. Ausrufezeichen. Die Minecraft-Variante hat halt das Problem ist, dass ihr mal Zug habt. So, und zu guter Letzt den Block wegmachen, da einen Block hinsetzen. Und wir stellen jetzt einen Minecraft hier hin. Ähm, es kann alles möglich sein. Ich würde einen Kisten-Minecraft nehmen. Und jetzt müsst ihr gucken, wie ihr das Item da reinkriegt ins Minecraft. Ich glaube, das müsste so funktionieren. Ich habe das, ehrlich gesagt, auf diesem Wege nie probiert, weil ich das meistens von oben mache. Ihr seht, die Trichterstraße ist nun ein Block über der Schiene. Und die Schiene muss so stehen. Wenn die Schiene so steht, ist es nicht gut, dann macht das eben so, damit die Schiene so steht. So, und nun setzt ihr euer Kisten-Minecraft hin. Und euer Kisten-Minecraft fährt nun hier unten hin. Bleibt nun hier stehen. Und wir testen das System mal kurz aus. Wir sehen, hier hinten sind 60 Items drin. Jetzt sind 59 drin. Und wir bezahlen einmal ein Ticket hier. Und das Ticket wird jetzt ins Minecraft geschifft. Ja, hat funktioniert. Hat funktioniert. Super. Das Minecraft fährt los, bringt es hier hoch. Und wir sehen, kommt hier an. Denn sobald ein Item in Minecraft drin ist, geht der hier an. Der geht an. Das Soundtour öffnet sich. Das Soundtour öffnet sich kurz. Das Minecraft fährt los. Gibt das Item ab. Jetzt sind keine Items mehr drin. Und deshalb öffnet sich jetzt das Soundtour nicht mehr. Und weil das so schön war, gleich nochmal. Vergesst nicht, einen Raum zu bauen, in dem eure Einnahmen, das was ihr verdient, zusammenläuft. Rollen Nugget. Station A ausgewählt. Wir bezahlen das Ticket. Und das Ticket wird zurückgebracht. Das ist erstmal ein geschlossenes System, was wir hier haben. Jetzt geht es weiter. Denn wir erhalten noch etwas. Abgesehen davon, dass das Ticket zurückbekommen wird, erhalten wir hier ein Signal für A, B und C. Es blinkt jedes Mal eines dieser Verstärker auf, wenn ich entsprechend das entsprechende Ticket nehme. Und wir machen jetzt mal kurz die Probe aufs Example. Wir nehmen einmal von jedem Ding ein Ticket und werfen die alle gleichzeitig rein. Gucken wir mal, was passiert. Es sollten nun alle Verstärker einmal blinken. Ja. 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 Und alle Tickets kommen auf ihre Art und Weise, sei es über Trichterstraße, sei es über Minecraft oder Wasser, hier hin. Wir sehen, die Wasserstraße gewinnt. Sie ist die schnellste. Sie bringt das Item am schnellsten von A nach B. Am langsamsten ist die Trichterstraße und am ineffizientesten, also nehmt auf keinen Fall die Trichterstraße, es sei denn, der Abschnitt ist so kurz. Und die Minecraft-Straße ist ja eine ganz passable Variante. Aber, wie gesagt, nehmt die Wasserstraße, da seid ihr definitiv besser mitberaten. Und ihr müsst dann natürlich auch hier diesen Raum zumachen, denn ihr seht, die Trichterstraße, die kann zwar unter Tage operieren, aber hier brauchen wir ein bisschen mehr Platz für. So. Wir haben nun ein Redstone-Signal bekommen für die unterschiedlichen Stationen, wo wir hinwollen. Das Redstone-Signal muss jetzt dazu führen, dass hier dieses Ding schaltet. So, das Ding schalten wir am besten von oben. Das heißt, hier muss unser Redstone-Signal hinlaufen. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir uns was überlegen müssen, wie wir es schalten. Und ich glaube, die einfachste Variante ist, das Flipflop einfach umzubauen. Deshalb werde ich auch gleich mal diese Variante wählen. Ich werde das Flipflop einfach nach unten legen. So, das heißt, ich baue das gleiche Flipflop nochmal, nur mit dem Unterschied, dass ich es diesmal nach unten lege. Damit wir mehr Platz haben. Und das ist auch noch eine Lektion, die ihr jetzt gerade lernt. Wenn ein Weg nicht funktioniert, dann versucht nicht, eine Lösung vielleicht zu finden, sondern geht mal vielleicht einen anderen Weg. So. Wir haben genau das gleiche Flipflop nochmal. Also ihr seht, wir können das Flipflop umschalten, umschalten. Und sobald ich irgendein Item hier reinwerfe, ob ein Ticket oder was nicht, schaltet dieses Flipflop sofort um. So. Und jetzt müssen hier zwei Dinge passieren. Und zwar müssen wir einmal ein Signal entnehmen. Das machen wir wie folgt. Ein Signal entnehmen, ohne die Leitung zu stören. Das machen wir jetzt so auf diesem Weg, wie ich es euch jetzt zeige. Das Signal kann ja hier durch einen Block durchgeschickt werden. Und zwar in diesen Redstone hier. Aber gleichzeitig auch nach unten geschickt werden. Durch den Redstone-Block. Das heißt, wir sehen jetzt hier, kommt nun eine Orangenleitung. Und diese Orangenleitung wird nun von jedem dieser Dinger bepowert. Also wenn jetzt dieser Verstärker angeht, dann gibt es der Strom durch diesen Block an den hier und an keinen anderen. Weil ihr seht, der Redstone ist abgeschnitten durch den Block hier. Und gleichzeitig an Orangen. Das heißt, der Orangene wird von allen drei bepowert. Und trotzdem wird immer nur das Signal an einer Stelle durchgelassen. Merkt euch das. So. Das Signal, was dann durchgelassen worden ist, das muss jetzt hier unten in dieses Flipflop rein. Und die leichteste Möglichkeit ist, da an dieser Stelle von unten zu gehen. Das heißt, es wird wirklich von unten reingeleitet. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Verbindung am Ende. Das heißt, wie verbindet ihr es miteinander? Wichtig ist jetzt gerade auf der Strecke, die ich es gewählt habe, habe ich hier eine Fackel gesetzt. Das heißt, die Fackel möchte normalerweise aus sein. Aus diesem Grund verbindet ihr das miteinander. Setzt hier nochmal eine Fackel hin. Und schon habt ihr eure Verbindung für das erste Ding komplett. Vergesst nicht, Strom läuft in Minecraft maximal 15 Blöcke weit. So. Und wir können uns jetzt wirklich so viel Spaß nun haben, wie wir nun haben können, Redstone zu verbinden. Es gibt viele Möglichkeiten, Redstone effizient zu verbinden, viele ineffizient. Eins. Wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Passt. Und das letzte Signal muss auch noch verbunden werden. Das führe ich einfach hier runter. Gucken wir mal. So. Wunderbar. Und wir zählen wieder. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Machen wir hier die Fackel rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wunderbar. Und das Flipflop muss nochmal kurz resettet werden. Das resetten wir, indem wir wieder irgendein Item hier oben reinwerfen. Flipflop wird resettet. Und jetzt wird es interessant. Denn nun haben wir die Schaltung so weit gebaut, dass... Und ich sollte mir nochmal ein paar Golden Nuggets nehmen, damit ich noch ein paar Tickets kaufen kann. dass ich je nachdem, welches Station ich auswähle... Und das ist jetzt eine interessante Sache. Unser Flipflop gibt uns ja Outputs. Die werde ich jetzt einmal gelb machen. Die Outputs kommen hier... Ah, fuck. Jetzt habe ich das überschrieben. Entschuldigung. Habe ich nicht gesagt. Jetzt habe ich das böse F-Wort gesagt. Das gibt ein Euro in die F-Wort-Kasse von mir. So. Also. Ich möchte gerne verschiedene Zettel haben. Und je nachdem, welche Station ich nun hier reinwerfe, passiert nun folgendes. Ich werfe hier zum Beispiel Station A rein. Und nun seht ihr folgendes. Es passiert. Das ist an. Weil Station A. Das ist Station A. A ist eingeschaltet. Jetzt werfe ich mal Station C ein. Wir sehen, A geht aus. Es dauert einen Moment. Und da ist schon Station C an. Das ging sehr, sehr schnell. C ist sofort an. Und ich werfe Station B ein. Und wir sehen, aus und B geht an. Also was haben wir zu tun, dass das Redstone Signal einfach in dieses Flip-Flop reingeleitet wird. Gleichzeitig erhalten wir ein orangenes Signal. Und das orangene Signal, wäre jetzt gedacht, geht zur Tür. Das heißt, das leiten wir nun weiter bis hin zu der Tür, die wir vorhin gebaut haben. Hier herunter. Und das lassen wir mal hier reinlaufen. Vergesst auch nicht, das zu verstärken. Also. Hier kommt die erste Verstärkung. Damit es reicht von der Distanz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Und verstärken es nochmal. So, und auch hier. Gleiches Spielchen. Ich mobs mir mal ein Ticket. Danke. Ich werfe das Ticket rein. Und die Tür öffnet sich. Wunderbar. Wir können reingehen. Ich würde noch folgendes machen. Macht diesen Verstärker auf maximale Stufe, dass es hier keinen Fehler gibt. Und wir können durchgehen. Also. Und nur wenn ich ein Ticket einwerfe, öffnet sich die Tür. Weil ja nur dann eines dieser drei Leitungen angeht. So. Jetzt sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Jetzt heißt es nur noch, unsere Station zu bauen. Und wie man eine Station baut, habe ich euch schon tausendmal gezeigt. Das werde ich euch in diesem Tutorial nicht zeigen. Was jetzt passiert ist folgendes. Ihr leitet jetzt das Signal, was ihr hier bekommt, nach oben. Nach Übertage. Wie ihr die Station baut, ist euch überlassen. So. Das Signal wird jetzt hochgeleitet und kommt hier oben raus. Und triggert dann damit beispielsweise diese Fackeln. Und diese Fackeln. Die sind dann verbunden mit einer Weichenanlage. Das heißt, hier kommt nun eure eigentliche Station hin. Ich werde die jetzt mal ganz banal, simpel machen. So. Also einfach hier in Minecraft steht da. Dann machen wir nochmal einen Spender hin, der ein neues Minecraft ausspuckt. Dann machen wir einen Knopf hin, der die Station startet. Den mache ich hier hin. Okay. Und dann startet das Ding. Und jetzt baut ihr hier eine Weichenanlage auf. Weiche, weiche, weiche. Und jetzt müsst ihr mal gucken, dass jetzt gerade die Weiche gucken alle nach links. Das sollen sie nicht. Aus diesem Grund seht ihr, das ist nicht richtig. Aus diesem Grund wechseln wir das aus. So. Und die Weichen schauen alle nach gerade aus. Das heißt, ein Zug, der nun losfährt, der würde einmal hier hinfahren. Und hier müsste es jetzt eine Schleife geben, mit der er wieder zurück fährt. Also zurück in den Bahnhof fährt. Weil das war ein Fehler. Das heißt, man hat kein Ziel ausgewählt. Und solange kein Ziel ausgewählt ist, soll der Zug auch nicht losfahren. So. Dann haben wir hier den Stationsbereich. Der ist dann hier abgeschlossen. Mit einer Wand im Hintergrund. Das müsst ihr dann für euch gucken, wie ihr das designt. Ähm, und wenn ein Zug erfolgreich losgefahren ist, das heißt, egal, wo ihr losfährt, ob er jetzt hier losfährt, da losfährt, da losfährt, oder, ähm, hier, den Fehler. Der Fehler bedeutet einfach, der fährt wieder zurück in eure Station. Ihr müsst ja irgendwo noch eine Ankunft in eurer Station haben. Die Ankunft ist einfach, da werden einfach alle eure Tracks, ihr habt ja drei Tracks am Ende, und diese drei Tracks, die laufen einfach alle hier zusammen. Das heißt, alle Tracks, ähm, von den Stationen, wo ihr herkommt, die laufen mit einer zusammen. Ihr seht, jeder Bahnhof hat ja nur eine Einfahrtsstation. Minecraft macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Ähm, drei Ausfahrtsstationen. Wir haben jetzt das hier, drei Ausfahrtsstationen. Ich markiere euch das jetzt einmal kurz nochmal mit einem, ähm, mit einem Dings hier. Also das ist die Einfahrtsschiene und das ist Ausfahrt, Ausfahrt, Ausfahrt für die drei verschiedene Ziele. So, und immer wenn dann eines dieser Stationsdinger aktiviert worden ist, dann gucken wir mal kurz, wo die anderen Redstone-Knöpfchen sind. Da gibt es ein Stromsignal hier drauf. Zählen wir mal ganz kurz. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Büpf. Und das Stromsignal triggert dann einmal hier den Spucker, der uns einen neuen Zug ausspuckt, sodass immer ein neuer Zug hier drin steht. Die Züge, die müssen dann von der anderen, also von dort, wo die Station endet. Das könnt ihr dann mit der Synchronisierungstechnik beispielsweise machen, die ich euch hier schon mal gezeigt habe. Ist dann ein bisschen aufwendiger. Ähm, ja, also. Ein Zug fährt los. Also ein Zug steht hier. Und nun können wir, und nun sind wir eigentlich fertig. Das ist es, Leute. Fertig. Das ist unsere Technik, die wir heute gebaut haben. Also, und nur noch einmal Zusammenfassung. Wie funktioniert es? Das ist ein Ticketsystem. Hat lang gedauert. 40 Minuten Tutorial, also eine Unterrichtsstunde. Krass. Also, wir wählen eine Station aus, wo wir hinwollen. Beispielsweise die mittlere Station. Station B. Wir bezahlen einen Golden Nugget. Ich habe sogar zwei bezahlt. Ja, die Kasse sagt, danke, wir kriegen eh nur einen Zettel. Und haben nun ein Ticket zu Station B. Mit dem Ticket gehen wir nun hier zur Schleuse und bezahlen das Ticket. Ticket wird bezahlt und das Ding öffnet sich. Wir gehen rein. Wir können uns in den Zug setzen. Der Zug fährt los. Und die Weichen sind so gestellt, dass ich nun bei Station B rauskomme. Und ein neuer Zug setzt sich automatisch hier hin. Wenn ich zu Station A möchte, bezahle ich wieder. Und ich bezahle gleich schon mal für Station C. Und wir sehen, mal gucken, wie schnell das System operiert. Ich bezahle Station A. Kann durchgehen. Mich reinsetzen. Und der Zug wirft mich hier raus. A, B, C. Und jetzt gucken wir mal. C müsste das letzte sein. Ticket habe ich schon. Ich gehe durch die Schleuse durch. Und jetzt kommt noch eine tolle Sache bei diesem Bahnhofsdesign. Und zwar könnt ihr ja Strecken funktionieren miteinander verbinden. Das Schöne ist, dieses Ding hier könnt ihr ja mehrfach nebeneinander bauen. Ihr könnt einen Bahnhof bauen, bei dem ihr mehrere Abfahrtsgleise macht, falls ein Abfahrtsglaskreis zum Beispiel gerade belegt ist. Das heißt, ihr habt ein Ticketautomat und ihr könnt das alles miteinander verbinden. Die Tickets, die verlassen niemals den Bahnhof. Die bleiben hier. Die zirkeln im Bahnhof hin und her. Und man wählt beim Ticket schon aus, wohin man fahren möchte. Sobald man das Ticket abgeht, wird das Ticket überprüft. Und anschließend werden schon, während das Ticket überprüft wird, die Weichen geschaltet. Von hier unten über das Flipflop. Und dann öffnet sich die Tür. Die Tür bleibt einen Moment offen. Das ist auch nochmal so eine Sache. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Die Tür ist eine intelligente Tür, die einen Moment offen bleibt. Aber stellt euch mal vor, ihr werft Ticket ein und so, ach nee, der will hier gar nicht hin. Und dann holt ihr euch ein Ticket A. Ihr seht, die Tür hat sich gerade geöffnet. Man hat es vernehmbar gehört. Dann ist es so, dass die Tür sich nach einer Zeit schließt. Und wir können Station A wählen. Hier, zack, die Technik schaltet wir um. Station A braucht ein bisschen länger, weil die am weitesten weg ist. Die Tür öffnet sich. Können durchgehen. Sobald wir die Tür passiert haben, schließt die sich und bleibt verbindlich zu. Und die Weichen haben sich so gestellt, dass wir weitergehen. Sollte nun ein Fehler passieren, sagen wir mal, irgendjemand wirft einen Zettel hier rein oder irgendjemand glitscht sich hier durch, dann würde der Zug niemals den Bahnhof verlassen, sondern würde einfach eine Ehrenrunde fahren und wieder bei der Ankunft des Bahnhofs wieder ankommen, die ihr dann bauen könnt, wie ihr wollt. Ich hoffe, ihr habt heute etwas gelernt in diesem sehr komplexen, langen Tutorial. Ich hoffe, ihr konntet etwas über Redstone lernen. Ich habe euch heute verschiedenste Dinge gezeigt zum Itemtransporten, wie immer Bahnhöfe bauen. Wir haben heute sehr, sehr komplexe Redstone-Technik gemacht. Ich habe es versucht so zu erklären, dass jeder von euch es verstanden hat. Wenn ihr es verstanden habt und das Video bis hierhin durchgeguckt habt, schreibt doch mal TheJoeCraftArmy mit Hashtag. Einfach Ah, ähm, Moment. Das war jetzt doof von mir. Intro wird jetzt nochmal abgespielt. Äh, schreibt doch einfach Hashtag JoeArmy nochmal in die Beschreibung. Dann sehe ich ja, wie viele Leute das bis hierhin durchgeguckt haben. Vielen Dank, liebe Leute. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr es gesehen habt. Das kann ich ja an die Leute jetzt sagen, die es hier bis hierhin gesehen haben und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Bis bald, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.